Untertitelung des ZDF für funk, 2017 St. Gloria in King Canyon, Mission Picard Kurze Kaffeepause, Kaffee und Zigarettenpause, hier mitten im Wald Das ist auch schon ziemlich mächtig hier der Stamm, aber so richtig kommt das gar nicht zum Ausdruck Riesenhohe Teil Wir gehen hin zu den großen Baum noch Auf der Straße Auf der Straße Die Stamm Ich bin nicht mehr Die Stamm 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 Weihnachtsbaum Ja Da kommen da 20 Leute rauf zum Schmücken. Der ist stadt 12 Meter Umfang. Und wie hoch der ist, hat er auch gesagt, aber ich weiß das gar nicht mehr. Ach, oh Gott, oh Gott. Ja, so einen habe ich noch nie gesehen. Hoch klettern, Sie können zurück. Das ist ja wohl. Danke. Das hat mich geschlappt. Das hat mich geschlappt. So, gehen wir noch mal rauf. Auf die Rückseite vom Baum. Das ist auch noch mal so ein dicker. Noch nicht ganz so dick, aber trotzdem sehr, sehr, sehr dick. Und auch hoch. Hoch, 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 hoch. Ja. Ja. Vor diesem. General. Von. Ja. 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 Dann ist mir ein Hut gewachsen. Ist hier ein Hut gewachsen? Wieso? Ich hab dich doch schon mit Hut. Also. Papa mit Hut. So. So. Da sieht der Baum, und der ist schon dick, neben dem Baum, aus wie ein Ast. Ist unglaublich. Unglaublich schön. Sind das denn wirklich nur 12 Meter? Hast du den Umfang? Guck mir aber. Durchmesser wahrscheinlich. Der Umfang ist er mit Sicherheit viel viel größer. Der Umfang ist größer als der Durchmesser, als 12 Meter. Ja, ja, ja.